Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch um 2.30 Uhr Helsinki Zeit, 2.26 Uhr aus der Villa Premium Deluxe und natürlich Jetlag geschuldet. Ja, keine Ahnung, man wird älter, man wird nicht jünger, aber die Themen habe ich euch frisch gepresst und zwar schauen wir uns an, wer Lufthansa Fan ist und wer nicht, weil wir haben zwei Themen. Einmal, die Leute werden immer unglücklicher mit Lufthansa, der NPS, der Net Promoter Score, der ist wichtig für die Boni, das klappt bei Lufthansa nicht so ganz, aber wer trotzdem Fan ist, kann Schuhe kaufen. Es gibt einen neuen Schuhhersteller, also einen alten Schuhhersteller, der Lufthansa Schuhe herstellt. Dann haben wir Southwind, die sind absolut unhappy, dass sie in die EU nicht fliegen können und wollen das ändern. Dann Kabinenpersonal ist auch irgendwie bei der Lufthansa unglücklich, sind immer noch in der tariflichen Einigung. Und wir haben bei Swiss, die testen AirTags bei verlorenen Gepäck, aber erst wenn es verloren ist. Der Sinn und Zweck der Übung, der ist jetzt für mich nicht ganz so klar, aber wir schauen auch das an, ob wir da was Klares rausbekommen. Und dann natürlich RWTH Aachen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule aus Aachen, aus meiner Heimat- und Geburtsstadt. Ist das Heimatstadt? Auf jeden Fall Geburtsstadt. Da hat sich ein intelligenter Mensch darum gekümmert, wann man Flugtickets kaufen soll. Und wenn man sich das Interview anguckt, dann gibt es da keine klare Regel, aber einen Rat gibt es schon. Den sollten wir uns auch angucken. Jetzt seid ihr wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like da zu lassen, zu kommentieren, zu whatever zu schreiben. Und natürlich auch, ja, ich weiß, Kreditkarten. Deshalb habe ich auch keine Sendung gemacht, weil ich viele Calls hatte. Habe auch gleich quasi in einer halben Stunde wieder einen Call. Habe jetzt also quasi Druck hier, dass ich die Sendung durchziehe. Aber nichtsdestotrotz, Like da lassen. Also, gehen wir heute mit der Sendung los. Hier übrigens nochmal die Nummer fürs Protokoll. Das erste Thema ist Lufthansa und das Kabinenpersonal. Und das Lufthansa und das Kabinenpersonal sind irgendwie so zwei verschiedene Firmen, hätte man fast gesagt, weil die beide miteinander immer noch kämpfen. Und zwar ist es so, dass man bei den Lufthansa-Jüngern den Tarifkampf immer noch auf der Flagge hat. Man hat sich ja nicht bei allen geeinigt. Das sind ja nur die Jungs vom Bodenpersonal, die sich geeinigt haben. Und da kämpft man halt weiter. Am Freitag beginnt zudem die Stichtung für die rund 25.000 Beschäftigten. Und da bin ich mal gespannt, wann man da zu einer Einigung kommt. Vielleicht kann man sich da an den letzten Veranstaltungen dort, da in irgendeiner Art und Weise nochmal besinnen und sich einander nähern, indem man zuhört. Ich glaube, das waren die Worte, die man genannt hat. Zuschläge für die Mehrarbeit sind wohl da einer der Make-or-Break-Punkte. Und da ist es wohl so, dass man von der ersten Überstunde an bezahlt werden soll. Bislang gibt es zuschlagsfreie Zeitpuffer bei Voll- und Teilzeitbeschäftigten. Das will man halt wirklich ändern. Und das System ist so gestaltet, dass praktisch niemand mehr Arbeitszuschläge erhalte und allein die Arbeitgeber vom Flexibilitätspuffer profitieren. Und das ist natürlich doof. Das ist natürlich unangenehm. Die Arbeitgeber haben nach einigen Abgangs zuletzt ihren dreistufigen Steigerung angeboten beim Stundenlohn. Lohn von 3,25 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Verdi hatte beim Stundenlohn 2,80 Euro, verlangt aber dann auch nur eine Laufzeit von 12 Monaten. Da sind wir mal wirklich gespannt, was da passiert. Ein Thema, was durchaus Musik hat, ist ja das Thema Southwind. So wie ich letzte Woche noch aus dem warmen kalifornischen, sonnendurchfluteten Wetter berichtet habe, sind wir hier jetzt in Helsinki zurück. Wir haben hier wieder Minusgrade. Als ich gelandet bin, war es 11. Aber die Finnen haben festgestellt, dass Southwind, ach ja, jetzt sind es Minus 3, glaube ich, oder sowas. Minus 4, Minus 7 waren es irgendwie in der Nacht. Auf jeden Fall ist es so, dass Southwind im April 2022 in der Türkei gegründet worden ist, aber die Finnen haben festgestellt, dass das Strohmänner sind. Und dass in Wirklichkeit da der Russe hinter steckt und der Russe im Moment, und 2022 war ja Russland schon im Krieg mit der Ukraine, dass man das quasi als Kanal benutzen wollte, um von Russland über Istanbul nach Europa zu fliegen und damit die Sanktionen zu umgehen. Aber die Finnen haben gesagt, das machen wir nicht. Die EU ist dann ein paar Tage später hinterher galoppiert und hat gesagt, ja, nee, das geht auch nicht. Und damit sind halt die Landerechte, die Durchflugsrechte, eigentlich alle Rechte, diese Flugzeuge in europäischen Lufthäumen zu bewegen, beendet. Und Southwind, und deshalb lese ich euch das Zitat vor, ist so, die ASA hat ein Luftraumverbot gegen unser Unternehmen verhängt, ohne konkrete Informationen oder Beweise vorzulegen. vollkommen ungerecht voreingenommen und bösartig. Das ist die Stellungnahme. Ich selber mache mir da gar nichts zu eigen, kann einfach nur sagen, wenn sie Russisch sind, dann dürfen sie es halt nicht. Das ist halt eine Sanktion und damit ist das ein Problem. Aber man muss natürlich gucken, dass wenn man da diese Entscheidung anfechtet, dann geht das irgendwie vor Gericht oder sowas, keine Ahnung. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil einfach so ließ fliegen können sie ja trotzdem nicht. Und andere Länder haben hier nachgezogen. Also die Briten, die ja nicht mehr in der EU sind, die haben das auch vollzogen. Also das heißt so ganz so, unbegründet wird das dann wohl nicht sein. Also wenn da der Russe hinter steckt, darf sie leider nicht reinkommen. Wo man auch nicht reinkommen darf, ist in die sogenannte Blackbox von Flugpreisen. Und zwar deshalb, weil Fluggesellschaften nichts mehr hassen, als wenn wir wissen, wann die Flugtickets am billigsten sind. Aber es gibt ein Problem. Selbst die Fluggesellschaften wissen nicht, wann die Flugpreise am billigsten sind, weil das alles Algorithmen mittlerweile machen. Das heißt also, dass da irgendetwas im Hintergrund geproppt wurde, dann passiert irgendwas im Hintergrund und die Preise kommen dann so vor sich hin. Und zwar hat das Ganze ja angefangen, in den 80er Jahren glaube ich, als die Amerikaner da angefangen haben, diese Buchungssysteme so weit aufzudröseln, dass man da halt nicht mehr von Hand sagt, heute machen wir das so oder so, sondern einfach wirklich da den Computer entscheiden lässt, um da wirklich das Beste rauszuholen. Warum ist das so? Das ist auch eine relativ interessante Geschichte. Fluggesellschaften sind ein Jahr lang auf eine Strecke oder ein halbes Jahr lang auf eine Strecke, ein Jahr vorher, so ist es genau formuliert, festgelegt. Und damit haben sie eine bestimmte Anzahl an Sitzen. Und diese bestimmte Anzahl an Sitzen müssen sie halt verkaufen. Und wir wissen ja alle, und deshalb gibt es ja auch diese Überbuchung und so weiter, dass es nichts Älteres gibt als einen Sitzplatz, der leer ist bei einer geschlossenen Flugzeugtür. Kannst halt nicht verkaufen, Produkt weg. So, und damit hat man dann halt das Problem, dass man halt gucken muss, wie man das Geld bekommt. Und Fliegen ist auch jetzt nicht so margenstark. Also wenn man hört, dass die Lufthansa irgendwo so da bummelig jetzt bei über 10 Euro oder sowas liegt pro Sitzplatz, und dann überlegt man, dass man da auch einen First-Class-Sitzplatz hat, der tausende Euro kostet, selbst ein Business-Class-Sitzkost tausende. Da bleiben dann nur pro Sitzplatz ein paar Euro übrig. Das ist dann schwierig. Und wenn man findet, glaube ich, waren es 4 Euro oder sowas, die übrig bleiben. Das ist dann auch schon eine schwierige Kiste, dass man da dann überlebt. Und so ist das, dass die Preise natürlich so sind, dass die Fluggesellschaften von uns meistens das meiste haben wollen, wie sie kriegen können. Und wir wollen den Fluggesellschaften natürlich das Wenigste geben, was wir geben können. Preissuchmaschinen und so weiter als Thema. Und es gab ja mal diese alte Weisheit, immer Flüge am Dienstag kaufen, weil Dienstag sind die Flüge am billigsten, beziehungsweise auch am Dienstag fliegen, so ungefähr. Aber das ist nicht mehr so der Fall. Also da kann man jetzt nicht mehr so sagen, Dienstag ist das Thema. Und der Kollege Jon ist das, glaube ich, muss man genau nachschlagen. Der hat, genau Jon, hat natürlich da sich das Ganze angeguckt als jemand, der die Zahlen mag und auch das als Forschungsprojekt genommen hat. Und er sagte zum Beispiel einen Satz, den ich sehr einfach da relativ lustig finde. Und zwar einfach nur, je früher man bucht, desto besser. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen Legacy-Carrieren, also Lufthansa und so weiter, und den Low-Cost-Carrieren. Bei Ryanair zum Beispiel ist das so, Ryanair macht nur 40% des Umsatzes mit dem Flugticket und 60% mit Accelerary Revenue. Heißt also, Ryanair möchte alle Leute ins Flugzeug reinhaben, um dann Geld zu machen. Bei den anderen Fluggesellschaften ist das halt so, die machen das Geld quasi, ja, mit den Tickets, ohne diese Zusatzverkäufe, fangen aber auch immer mehr an, da sogenannten Ancillary Revenue zu machen, was uns ja auch noch weiter in der heutigen Sendung beschäftigen wird, warum die Lufthansa mit, warum die Leute, Passagiere mit Lufthansa, so unzufrieden sind. Aber hier ist es so, dass man jetzt sagen kann, für die meisten Fluggesellschaften gibt es hier entscheidenden Unterschied zwischen den Touristen, das sind die Leute, die früh buchen und preisbewusst sind, und natürlich auch den Geschäftsreisenden, die eigentlich fast zu jedem Preis buchen. Deshalb ist so meine Geschichte, die ich feststelle, man kriegt Samstag, Sonntags bessere Ticketpreise als in der Woche. Deshalb hat man ja immer noch diese altertümliche Regel von Nacht auf Samstag auf Sonntag, weil der Geschäftsreisende im Allgemeinen ja Samstag, Sonntag die Nacht zu Hause verbringt. Und das sind dann halt so diese kleinen Nuancen und Tricks, aber das ist ja mittlerweile auch jetzt nicht mehr so. Und die Systeme werden auch immer mehr reaktiver. Und ich merke zum Beispiel auch, wenn ich für Kunden was suche und ich den Cookie nicht lösche, dass der Preis dann irgendwann steigt. Bei Lufthansa zum Beispiel. Oder auch mit der POS. Man kann so ein bisschen spielen mit dem Abflugort, beziehungsweise mit dem Ort, wo man das Ticket kauft, obwohl man den Abflugort auch nicht wirklich ändert. Also auch hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten zu spielen, aber da sollte man halt immer aufpassen, wenn der Preis dann steigt. Einfach den Cookie löschen und dann geht das direkt los. Und ich bin mal gespannt, inwieweit es diese Trends wirklich ist, dass man früher bucht, als ob das jetzt die einzige Weisheit ist. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was der Kollege Jung gesagt hat, ob das so stimmt. denn er als Wirtschaftshistoriker, vielleicht hat er das System nicht verstanden. Vielleicht ist es zu komplex, dass wir nur als Viehflieger das verstehen. Also da könnt ihr immer schreiben und was ihr davon haltet und ob ihr jetzt einfach sagt, ich möchte zurück zu dem alten System. 3 Preise flexibel und so weiter, super Flieg und Spar, was gab es früher noch und dann halt der normale und dann ist er in Drops gelutscht. Wäre für alle, glaube ich, einfacher. Ich weiß es nicht, aber da bin ich mal gespannt, was ihr zu sagen habt. Die Swiss testet bei verlorenen Gepäck mit AirTag. Ich habe hier sogar einen AirTag liegen, weil ich reise nicht ohne AirTag und das ist kein Zufall, dass ich den da liegen habe. Nein, doch ist es Zufall. Oder kein Zufall? Auf jeden Fall, als ich meine Taschen leer gemacht habe, hole ich den immer raus aus den Taschen. Also zumindest aus der einen habe ich daran gedacht, die anderen beiden muss ich noch. Und Swiss möchte das jetzt auch machen. Und zwar möchte Swiss bei Gepäck, das am Flughafen liegen bleibt, da dann diese Tecker einbauen und dann diese Ortungseinrichtung nutzen, um das Gepäck schneller und einfacher zu bekommen. Und jetzt sage ich jetzt mal so, am Anfang war es ja so, ich weiß gar nicht, in wie vielen Sendungen ich erklärt habe, also AirTag ist eigentlich verboten, sagt die Lufthansa, aber eigentlich sagt die Ersa, ist nicht verboten. Und dann irgendwann muss die Lufthansa auch zurückrudern und muss da auch feststellen, naja, ist jetzt nicht so wirklich verboten. Und jetzt ist es halt so, wenn das Gepäck ein paar Tage am Boden liegen bleibt, in Testphase, also ohne Namen und Gepäckanhänger Nummer, dann ist es so, dass man dann diese AirTags da irgendwie antackern möchte, um dieses Gepäck schneller zu finden. Für mich ist jetzt die Frage, wie kann ich das dann schneller finden? Vielleicht habt ihr eine Erklärung, warum man das schneller findet. Denn ehrlicherweise, wenn jetzt der Koffer in Zürich am Flughafen liegen bleibt und der ist dann in dem Gepäckaufbewahrungsraum, dann kann er ja nicht weit kommen, oder? Dann muss man halt den Gang so da durchlaufen. Und ich glaube, die Bilder, die wir alle gesehen hatten, und Gott sei Dank ist es olfaktorisch, also für Geruchssinn, nicht so gewesen, dass wir das in irgendeiner Art und Weise riechen konnten. Aber es ist halt wirklich so, dass bei den ganzen Flügen und bei den ganzen Sachen natürlich damals so viel Gepäck liegen geblieben ist, dass das alles ein großer Wust war. Und dieser Wust ist jetzt natürlich, Gott sei Dank, nicht gegeben. Aber er wird vielleicht im Sommer wieder mehr, dass man das damit hat. Aber ich weiß gar nicht, ob die Flächen so groß sind, wie sie dann damals in Düsseldorf oder sonst was waren, wo wir Kunden ja hatten, die zum Beispiel extra hingeflogen sind, um dann ihren Koffer abzuholen und dann auch mit ihrem Telefon, also iPhone, das Ganze zu trecken. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr das jetzt als den großen Durchbruch seht, oder ob ihr sagt, naja, nee, geh mir weg damit. Ich bin gespannt. Und jetzt kommen wir mit einem weiteren Thema, wo man sagen kann, geh mir weg damit, und zwar Lufthansa Schuhe. Also ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, ich habe Lufthansa Schuhe, allerdings von Adidas. Und die Adidas Schuhe sind okay. Ich finde ja auch, die Stan Smiths sind cool. Ich hoffe, dass da nochmal was kommt. Aber jetzt gibt es einen großen deutschen Schuhhersteller, Lloyd Schuhe. Und da gebe ich euch das direkt mal auf die Augen, damit ihr das seht, die Webseite, dass es jetzt dieses Produkt, warte, warum hat er das wieder? Ja, spinnt manchmal mit mir. Warte, ich mache mal mein Bild hier weg, damit das euch nicht irritiert. Und das ist so, dass man jetzt die Lufthansa Schuhe halt wirklich auch bei Lloyd kaufen kann. Man verkauft halt diese Sneaker-Type. Dann geht es weiter. Wobei ich jetzt echterweise nicht den Unterschied, vielleicht Damen- und Herrenschuh. Arrio und Arrio ist aber derselbe Schuh, oder? Ja. Ah ne, hier ist grau. Da ist grau, da ist blö. Also das ist schon ein großer Unterschied. Aber 179 Euro. Schreibt mir mal, ob er die hübsch findet. Man sieht übrigens ja auch noch am Boden den Lloyd-typischen Streifen. Da, das ist der Lloyd-typischen Streifen. Der schwarze Schuh ist ganz okay, aber ich weiß jetzt nicht, was das Lufthansa-Logo da soll. Das liegt etwas verloren. Genauso ist das hier bei dem Derby, bei dem Schuh. Das ist dieser Schnitt. Das nennt man Derbyschnitt. Als alter Schuhfachverkäufer muss ich das wissen. Oder diese Sneaker-Art hier, den Arden, in weiß oder so weiter. Gibt übrigens meine Größe nicht. Ähm, ja. Ist das jetzt etwas, wo man sagt, das wäre toll? Und ich weiß nicht. Also der Preis, ähm, ist natürlich eine krasse Nummer. Ich weiß gar nicht, ob es die auch für Damen gibt. Also ich glaube, die gibt es nur für Harn. Und ihr seht, es gibt direkt 10 Euro Rabatt, wenn ihr euch da anmeldet. Und wenn wir dann wieder zurückgehen, dann sieht man auch, dass es den Slipper hier gibt, und einen Rucksack und eine Weekender-Bag. Ähm, ja. Also wer diese Lufthansa-Sachen, ähm, sucht, der kann sie jetzt quasi hier finden und kann damit dann der Lufthansa Werbung laufend, äh, Unterstützung geben. Ich trage ja auch mein Adidas-Hoodie von Lufthansa. Aber es ist so, dass man natürlich da jetzt sagt, dass diese Lizenz, ähm, hübsch ist oder nicht. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das findet. Und vor allem auch, äh, der Vorteil von Kreisen, praktisch beim Security-Check, sie erhalten kein Metall. Also das heißt, man hat sie mit dem Viehflieger im Auge konzipiert. da bin ich mal für euch jetzt mal, ähm, nicht so mutig, um die Schuhe zu holen. Nein, es gibt auch meine Größe gar nicht. Ähm, ich hätte so eine 47,5, also eine 12,5 gehabt, haben sie aber nicht. 46, glaube ich, war das Größte, was ich gesehen hatte. Ich gucke nochmal nach. Bei dem Derby ja 46,5 heißt also, da ist, ähm, nichts für mich zu holen oder zu wollen. Aber wobei der Lufthansa auch nichts zu holen und nichts zu wollen ist, das ist bei der NPS, beim Net Promoter Score. Jetzt sagt ihr, was ist der Net Promoter Score? Der Net Promoter Score ist der Score im Prinzip, ihr kennt das ja von Umfragen, würden sie dieses Produkt weiter empfehlen? Und dann kann man auf einer Skala von 1 bis 10 meistens antworten. Und dies ist dann der Net Promoter Score. Also je mehr Leute das Produkt weiter empfehlen würden. Und, äh, man sagt auch, dass so ein Net Promoter Score alles, was über 0 ist, wäre tippitoppi. Und, ähm, bei Lufthansa ist das nicht so tippitoppi. Wenn wir uns jetzt mal diese Zahlen angucken, ist das so, ähm, dass dieser Net Promoter Score die, ähm, übergeordnete Kennzahl zur Kundenzufriedenheit ist. Und das bringt natürlich auch den, äh, Rückblick auf Christina Förster, die ja noch im Unternehmen ist, glaube ich, das ist Ende Mai. Und die Leute sind halt nicht zufrieden. Die Leute sind mit Lufthansa nicht zufrieden, weil halt viele Dinge nicht funktionieren. Und wenn man halt, ähm, sich dann die Antworten unter dem Text durchliest, finde ich das auch relativ spannend. Machen wir aber danach. Und jetzt gehen wir mal auf den Net Promoter Score ein. Und zwar ist das so, dass bei dem Net Promoter Score, erkläre ich nochmal, weil ich das eben wahrscheinlich zu kurz gemacht habe, ist es also einfach so, minus 100, äh, Niemand ist zufrieden und würde weiterempfehlen. Plus 100, alle zufrieden und jeder würde weiterempfehlen. Und die Lufthansa hat sich als Ziel gesetzt ein 50 als Zahl. Und für die Eurowings gibt es, äh, eine 45. Selbst Brassel und Ostern wollen eine 50 erreichen. Und jetzt könnt ihr mal lustigerweise gucken, wer diese Zahlen erreicht. Und wenn man sich das mal anguckt, Lufthansa, Swiss, Ostern und Brüssel erreichen zusammen nur einen NPS von 27. Als Gründe nennt man halt die Unregelmäßigkeiten im Flugplan bei der Gepäckauslieferung. Und obwohl die Passagiere allein der Lufthansa-Gruppe auch ein funktionierendes Zusammenspiel von Systempartnern. Und das ist halt der Unterschied von Systempartnern. Und da ist, glaube ich, auch schon ein Problem, dass Lufthansa das nämlich als Problem der Systempartner sieht und nicht als Lufthansa-Problem, ist das so angewiesen und dass sich die, die Bewertung der Lufthansa-Gruppe widerspiegeln. Heißt also, die einzige Fluggesellschaft, die so ein bisschen da an den NPS nachgekommen ist, ist in 2022, Lufthansa ist 35 und 33 ohne Brussets. Das heißt also, Brussets war relativ gut. Man hatte damals ein Ziel von 55 und Eurowings hatte ein 50er Ziel. Daran seht ihr also, anstatt wenn man das Ziel erreicht, man setzt die Trophäe nicht höher oder gleich, sondern man sitzt die Karotte niedriger mit der Trophäe und es hat trotzdem nicht geklappt. Und wenn man sich das mal anguckt, hier 37 ist die Zahl, das Gründe nannte, der Konzern pandemiedeligte, Angebotseinschränkungen sowie die operationellen Schwierigkeiten in den Sommermonaten. Ebenso belastend hätten die Streiks an Flughäfen bei den Lufthansa Gruppassagieren airline im Herbst sowie wetterbedingte Flugunregelmäßigkeiten im Dezember gewirkt. Also bei Gründen finden sind sie immer schnell. Nur Eurowings ist halt relativ gut mit den NPS. Die haben NPS glaube ich von 44, heißt also sind knapp in dem Zielgebiet, wo sie hin sollten bei 45. Klingt auch spannend für mich, dass die das irgendwie hingekriegt haben und die Lufthansa nicht. Vielleicht ist die Erwartung bei der Lufthansa einfach höher und wenn man sich das anguckt im Geschäftsbericht ist es auch so, dass man die Kundensverdienung erhöhen möchte und jetzt kommt das Zitrat aus dem Geschäftsbericht ebenfalls elementar ist einen guten Kundenservice im Callcenter sicherzustellen, die digitalen Servicekanäle einschließlich des Einsatzes von Chatbots zu erweitern, Service zu automatisieren wie Prozesse zur Erfüllung der Kundenansprüche und Flugunregelmäßigkeiten zu beschleunigen. Also nicht nur das Allegris das dann richten soll oder das Senses das errichten soll denn es gibt ja auch Probleme, die sind bei der Lufthansa etwas tiefer gängig und da muss man halt gucken. Wenn man jetzt zum Beispiel hier guckt und das ist jetzt auf dem Aerotherapeut zum Beispiel gewesen wenn man die Antworten liest, ich bin vor kurzem mit Icelandair über den Atlantik zurückgekommen beim Check-in in Nuwark wurde uns mitgeteilt dass diesmal keine Lounge am Flughafen in Nuwark hätte aufgrund von Renovierungen benutzt werden können war man natürlich als Passagier pisst so und jetzt könnt ihr euch mal in die Lage versetzen als Passagier was bei euch im Kopf vorgeht was passiert dann und was wollt ihr dann von der Fluggesellschaft und da wollt ihr Kompensation ihr wollt eine Lösung haben und dann wollt ihr nicht erstmal nochmal 15 Millionen Mal hinterher telefonieren dass was passiert und genauso ist das hier man hat sich bei Icelandair dann per Messenger beim Kunden zurückgemerkt man hat gesagt man gibt 20.000 Punkte Kompensation diese 20.000 Punkte haben halt den Wert eines Upgrades von Economy Class in Business Class also etwas was schon okay ist dann auf dem Weiterflug von Keflavik wurden die Passagiere nochmal vom Pörser angesprochen und man hat sich entschuldigt dass das nicht geklappt hatte heißt also da gab es dann schon ein Vermerk und das ist dann natürlich etwas was man positiv hinnimmt wo man dann sagt hey das ist ein geiler Scheiß und dann wird man halt ernst genommen und bei Lufthansa & Co ist es so dass man da halt wirklich dann hinterherläuft auch bei Finnair bei mir war ja auch das Satcom also das heißt Internet war nicht funktionierte nicht und auch das Entertainment System funktionierte nicht auf dem Flug nach Los Angeles ist ein Luxusproblem aber natürlich bezahlt man ja dafür und da haben sie sich dann halt nicht drum gekümmert und jetzt kommt das um diese Systempartnerschaften ich meine ich habe ja keinen Vertrag mit irgendwem am Flughafen am Boden das Posenpersonal in Frankfurt ist ja eh von der Lufthansa mehr oder weniger dann das Sicherheitspersonal ja okay das ist halt so das ist nicht von Lufthansa aber ist vom Flughafen und wenn man dann sagt ja da können wir nichts für weil das alles nur Systempartner sind dann ist das natürlich schwierig dass man dann Ownership nimmt und sagt ja da habe ich Mist gebaut oder wie auch immer weil ein Kollege hier schreibt auch richtigerweise du kaufst halt einen Daimler oder einen Mercedes und fährst mit dem Wagen und dann geht das Getriebe kaputt dann fängst du ja auch nicht an und willst dann bei ich glaube Enset oder was die Getriebe herstellt Friedrichshafen und sagst oh die haben wir Mist gebaut nein das ist Mercedes der Mist gebaut hat und das ist genau das Thema dass wenn man halt billig einkauft ein billiges Problem hat oder mit dem Essen die Leute beschweren sich ja über die Qualität des Essens bei Lufthansa ich kann immer nur an meine Erfahrung von Lufthansa Sky Chef damals als wir noch bei der Lufthansa waren erinnern wo gesagt wurde tja also Emreuz das Essen ist besser weil die auch mehr bezahlen das heißt also es liegt schon daran was man selber einkauft und was man selber bezahlen möchte und man bekommt halt wenn man das ist ja immer so schön wenn man Peanuts bezahlt bekommt man auch nur Monkeys also das ist halt einfach so und deshalb kann der Net Promoter Score auch nicht besser werden aber lasst uns hier die Sendung mit einem positiven zu Ende bringen und sagen ist das Leiden auf hohem Niveau oder sind wir einfach nur verwöhnt oder ist die Operation von der Lufthansa zu groß im Vergleich zur Iceland Air oder ist das bei Anna die ja damals auch schon die Leute direkt kompensiert haben wesentlich einfacher ihr könnt jetzt die Frage des Tages die ich bewusst positiv formuliert habe beantworten und zwar seid ihr mit Lufthansa zufrieden was euch freut euch besonders oder eben nicht also da seid ihr jetzt dran zu sagen was euch dort bewegt und berührt ich bin da mal gespannt und denkt dran den Kanal zu abonnieren die Glocke anzumachen und ich freue mich eure Fragen im Laufe der Woche zu beantworten ich habe es echt nicht geschafft ich war gejetlagged nein ich habe Telefonate und ich habe gleich den nächsten Call der ist ja jetzt in sieben Minuten aber wir sind ja mit der Sendung durch ihr liked den Kanal macht die Glocke an und es wird ein Webinar geben zum amerikanischen Kreditkarten kostenlos einmalig vielleicht vielleicht mache ich es aber müssen wir mal gucken und dann können wir gucken wie wir mehr malen mehr Punkte und mehr Status bekommen und ich gebe euch mal jetzt wieder zur Freude den Abspann also bis dann ciao bis dann Untertitelung des ZDF, 2020